Lars, danke für die 3 Monate, Lea für die 100 Bits und Brandy für den Sub und Bruder für die 6 Monate und Mausebussard für den Prime und Itis Mika für die 5 Monate. Thank you, thank you, thank you. Schöne Musik, schöne Musik. Wir haben gestern angefangen mit der Episode 1, noch als Recap, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was passiert ist. Ich spiele den großen Bruder, wir haben noch einen kleinen Bruder und wir sind von zu Hause, von der Stadt, abgehauen, weil unser Vater getötet wurde von der Polizei und es so ein bisschen aussah, als hätten wir das gemacht, ungünstig und der kleine Bruder hat so Superkräfte, wo der irgendwie so, wenn er emotional wird, so Sachen rumgewirbelt werden und so weiter. Ja. Kannst heute Abend spielen, musst gleich arbeiten, verpasst dann viel. Ich würde es eigentlich gerne jetzt spielen, weil wir heute um 21 Uhr mit Anni Raft spielen. Das geht dann schon bis, weiß nicht, 22, 23 Uhr. Und dann haben wir danach nur noch so wenig Zeit, um das so weiterzuspielen und wir haben heute sonst eigentlich nicht viel vor. Deswegen würde ich es eigentlich gerne jetzt machen. Ja. Aber VOD ist auf on, also der Sound von VOD ist on. Das heißt, ihr könnt ja dann reinhören. Und wir haben halt keinen Plan bis heute Abend, 21 Uhr, haben wir ja nichts verplant. Das heißt, wir haben jetzt noch sechs Stunden, in denen wir ja quasi noch was machen. Und ich habe jetzt nicht Bock, so rumzugammeln. Ich würde actually gerne was zocken oder was machen und so. Auf entspannt. Lukas, danke für die 500 Bits. Thank you, thank you, thank you. Und Neptunfreak, danke für die 500, äh, 5 Sub Gifts. Thank you. Und Lars, auch für die 5 Sub Gifts. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Dankeschön, Dankeschön. Da waren wir bei Episode 1 Ende. Theoretisch halt bei Episode 2. So. Was? Wollen wir dieses Captain Spirit haben? Weiß ich nicht. So ein DLC? Das gehört halt nicht zu direktem Story, glaube ich. Kann nicht schaden, I guess, aber... Das war ganz gut, das habe ich gesehen. Hier sind die Bewertungen davon sehr positiv. Alright. I guess. Master Gaben, danke für die 3 Sub Gifts. Ich kann nicht draufklicken. Äh... Ich such mal ganz kurz. Ich such mal ganz kurz, einfach ganz kurz im Steam... Im Steam... Äh, wie ist es? Captain... Nee. Wie ist es gerade? Ich habe vergessen, wie es hieß. Äh... Captain Spirit. Hier. Kostenlose Adventure des Captain Spirit. Yeah. Wir können es auch danach spielen. Es ist halt actually einfach ein anderes Spiel. Also es... Hat eigentlich nichts mit dem Elfist Challenge zu tun. Dass es halt dieselbe Fähigkeit ist, I guess. Wir können es trotzdem reinmachen. Prequel. Alright. Es ist leider noch runter. Dauert noch eine Sekunde. Dauert noch ein Sekündchen. Dann starten wir jetzt rein. Dauert noch ein bisschen... Dauert noch ein bisschen... Dauert noch ein bisschen. Ups. Startet. Dann schließe ich nochmal Life is Strange. So. Dann spielen wir jetzt erst dieses Captain Spirit. Mit dem Fohlen. Ah, ihr könnt nichts sehen. Doch, jetzt. Schon was in Deutschland abgeht, Monka, weh. Wahrscheinlich wegen Überflutung und so, oder? Warte. 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 Leon, danke für die 23 Monate und Flo weg für den Sub-Gift-Clap bei Andi für den Sub. Willkommen, willkommen. Schöne Schneelandschaft, schön. Ich will auch, ich will Skifahren gehen, Chat. Wann kann man wieder Skifahren gehen? Aktuell nicht. Schöne Schneelandschaft. Schöne Schneelandschaft. Schöne Schneelandschaft. Leent bird. Fox. Leenton- Ja. Dann ist es Mom. So übel der gute Stepp-Rosatz. Jo, er zerübel unter Kontrolle. Jo. Oh. Nevermind. Nevermind. To bait it. We're saved! It's a miracle! No, it's just me, Captain Spirit. You can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cake to find. But then I have one. Und die ich nicht besser hinbekommen. Mask or no mask? Secret Identity? Ja, Maske, natürlich. Hm. Mega cool. Yep, looks cool so far. Let's see. What about the armor? Leichte Rüstung. Nur leichte Rüstung. So cool. Yeah. Mmh, farbenfroh. So cool. You were. Man, Troy. Yeah. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. Mmh. Okay, dann Tattoo. Ja, kann ich es dann dran machen? Nein. Halte E und Kraftinteraktion anwenden. Kraftinteraktion. Ja. Okay, siehst du, noch irgendwas cooles? Walkie-talkie, da kann jemand anrufen. Over. Ich muss grad gucken wegen denen. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eyesharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Trophäe, Trophäe. Käferhotel? Hey, Spider Baby, I think you've got your lunch and your web. And there's a snail moving so fast. He's in one place. Mmh, it's got a bit of vibes from Beyond Two Souls. And I think, only because we're young, we're not so powerful. Be right there. Okay, danke fürs Essen. Okay. Yeah, schon wieder geschafft, yeah. Ja, sieht solide aus. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir. Dad, I'm not lying. It's just the eggs are good. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. I know this doesn't compare to your mother's breakfast. You know what? I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. And you could be my official food taster. Deal? Yeah. Okay. Okay. Süß. Fluchen. I don't swear, okay? I don't. Superheroes, don't swear. True. I'm off the team. Ne. You're cool. Thanks. Like a rebel. Danke. Wir sind alle cool Aua Was ist mit meinem Arm? Wer hat mir getan? Wer war's? Ich bin skeptisch Hmm Ja, ich habe gemacht und wir sind Aber ich möchte nur das Spiel sehen, bevor wir gehen, okay? Aber du wirst immer schlafen Ich werde heute nicht Und wenn ich mache, warte mich einfach und wir gehen Ich promise Jetzt werde ich das mit erleben, Schat Hört hin Jetzt Do it Mach es Ah, sie macht es nicht Ah Scheiße Ich habe extra das Fenster aufgemacht Jetzt habe ich extra das Fenster aufgemacht Extra das Fenster aufgemacht, damit sie es hört Jetzt hat sie aufgehört Okay Okay You promise I do Pinky promise Hm Es hat das ja, dass wir auch noch Weihnachtsbaum einkaufen gehen Whatever You're free, come grab me later 190 Stunden Jesus Christ, Alter Let's go Let's go Noch 10 Stunden, dann Heute Nacht haben wir Heute um 24 Uhr haben wir die 200 dann Wir können ein Bild für Instagram machen Tag 9 Tag 9 Okay What would Captain Spirit do? Yeah For the gram Boom So Drücke Meine Super Super Aufgabenliste Was soll ich machen? Hm Kostüme erstellen Schatz irgendwo finden Hm Na Ich guess Dann machen wir zuerst die Sachen fürs Kostüm Soll ich das Geschirr spüle, what the fuck? No Hm Hey, nice Spiel Mega geil Kann ich was verwenden? Nein Autoschlüssel nehmen Dad, I found your car keys That's where they went I swear I had them on me, but They must have fell out of my pocket last night Just put them in the bowl Cool? Yeah Okay, warte schon eine Aufgabe Whisky Flasche Why does he drink that if it just makes him mad? Ich glaub der Vater hat uns verletzt gehabt, als er sauer war Ich glaub der Vater hat uns verletzt gehabt, als er sauer war Good job buddy Danke Ich glaub spülen ist auch eine, ich glaub wir sollten noch spülen, oder? Wir spülen einfach eben mal Heulbert und Lena Danke euch für die Subs Kuss, kuss, kuss Alles schön Der Water Heater Wo ist er denn? Keine Ahnung Was sind hier? Bierdosen Komm ich kann mal wegwerfen, die lernen Bierdosen wegwerfen Ja, hat fast geklappt, oder? War eine knappe Sache Was gibt's geiles im Kühlschrank? Yeah Käse, Macaroni Essensreste, die können wir auch mal wegwerfen Disgusting Ekelhaft, 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 ekelhaft Und weg da Mikrowelle Hab ich jetzt Aufgabe, mir was zu essen zu machen? Nö Garagenschlüssel Mein Nehmen wir uns aber, wir nehmen aber den Garagenschlüssel mit Oh mein Gott, wieso ist es da so dunkel? Ich geh dahinter, ah da ist nicht Ich dachte gerade der, wieso ist es so dunkel hier? Waschmaschine, schmutzige Wäsche Wir machen mal die Wäsche in die Waschmaschine Brauch ich die Sachen, die Superhelden-Sachen? Maybe Komm, wir machen die Waschmaschine an Schön laut ist die Dunkle Tür Oder? Weihnachtsschmuck Und die Hände Und die Und die Hände Wir machen es noch Ist Steam Online schnell, dann kann man die Kategorie immer instant ablesen. Alright, das ist ein Brief. Kann ich nie lesen. Grandma and Grandpa are so cool. But no way I'm ever leaving Dad. Hm, Foto, Spielzeugpistole, auf Papa schießen, weiß ich nicht. Bücher. Hm, ich suche meine Superhelden Sachen. Vielleicht sind die doch hier in meinem Zimmer. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da ist er ja, ja, ja. Cool. Okay, dann gehen wir noch mal zurück in diesen dunklen raum Und ich will mal das foto anschauen Gute frage Wir gehen jetzt mal in den dunklen raum Öffnen Ah, unschillig Unschilliger raum Wie wäre es mit licht eventuell Ja, das ist realistisch, oder? So sieht es da glaube ich gerade aus Ich glaube auch Ja Realistisch, ja Ja Hi, ich soll den Boiler wieder anstellen Hi, ich soll hier kurz warm Wasser andrehen Ich habe ihn klein gemacht Und er ist wieder an Sehr random, but okay Boiler ist wieder an Okay, was habe ich noch für Aufgaben, das habe ich gemacht Ich muss das Handy entsperren Okay, ich weiß nicht, was ich da machen soll Hey Dad The water heater was down again So I fixed it Wow You put it back on? Ja Congrats, buddy Danke Ja True Ich kann da mal reingehen und gucken Ja, von mir aus, I guess Ja, chill Chill, 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 chill Geld selber ran, I guess Yo, shut up Uh, hello Good morning, sir How are you this glorious day? Um, okay Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know Uh, who is this? Thank you for asking, young man My name is Derek And I'm a proud member of the Universal Uprising Church I'd love to tell you and your family about Jesus Our righteous Lord and Savior Weiß ich nicht Weiß ich nicht tatsächlich Weiß ich nicht Weiß ich nicht Jesus ist Jesus Christ reibe Ah, Telefonnummer Ui War das, kommt jemand? Sekunde Oh, ja Cool story, dad Oh, was he? Oh, Gott No 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 Stole a ball from that piece of shit You suck Thanks, doctor Oh Yeah Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Yeah, Blut. Ich hole mir gleich einen Apfel. Und eine Tomate. Geil. Der Bruder ist high as fuck. Ja, dem Kollegen geht es nicht so gut, glaube ich. Wirklich. Das sieht aber cool aus. Das ist glaube ich... Ist die selbe Stimme wie die von dem Dad? Die Würmer mit zwei Köpfen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das die Antwort ist. No joke. Ich laufe so langsam. Der Kollege hat wirklich... Der Kollege hat wirklich ganz krasse Halluzinationen. No joke. Okay, ich bin da. Nach zehn Stunden. So läuft Toni immer zu Chris. Genau in dem Tempo. Mach doch nicht diesen Leute ganz normale Fantasie. Weiß ich nicht, Aschiri. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich drück ganz schnell. Ich gebe alles. Oh, das sind die Straßenkrotzungen, wo die Mutter gestorben ist. Oh. Oh. Sedge. So, das haben wir auch gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal den Schneemann suchen. Der müsste hier auch irgendwo sein. Da. Gefunden. Lass meinen Baum aus. Coolie. Ich schneide mir mal kurz ein bisschen Obst und Gemüse auf, Chad. Ich brauche ein bisschen was zu tun. Ich brauche ein bisschen was zu tun. Ich brauche ein bisschen was zu tun. Scheiberg Brothers. Ich brauche ein bisschen was zu tun. Also, das ist empreend, wenn ich so35 seminar Wobei, der bei der Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, wie unfair. Oh, 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 oh. Holy shit. Okay. Weiß nicht, ob das so ein faires Battle ist, was ich hier gerade mache. Legit. I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. Ja, das war eher unfair, tatsächlich. Lecky. Der Apfel ist ubertrieben lecker. Jacqueline hat heute Äpfel und Tomaten aus so einem Bioladen geholt. Und super geil. 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 So. Und dann auch gemacht. Den Schatz müssen wir noch finden. Die drei Sachen hier müssen wir noch machen. Wir können ja mal gucken, da oben. Wir können ja mal zum Baumhaus gehen und gucken, ob hier noch einiges zu machen ist. Mit dem Handy haben wir noch nicht hinbekommen, tatsächlich. Beim Versteck, ja. Cool. Minecraft-Zomb... Minecraft... Ah, geil. Minecraft-Zombie. Basketball-Karten. These are my favorite Baseball-Players. Cool. Even if I don't understand the stats. Maybe I can use this to read the map. Ja. Nehmen wir mal. Ja, ja. Smart, smart. Hab ich das nicht sehr wahrscheinlich selber gemacht? Wahrscheinlich ja. Ja. Mhm, 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 mhm. Okay, Stress in der Schule, I guess. This is my worst report card. I'm doing better now. Ist okay. B. Ne 2, ne 4, ne 3, ne 3 plus und ne 1. Ich find's alright. Ah, auf der Grundschule vielleicht eher, hm. Okay. Lustig. I guess. Hey, that's it. Sky Pirate, what's the situation? Sent's your last report. Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the ice queen. My queen, Pokimane. That's Noctarius' son. He looks like his dad. He looks like his dad. Schön. Ammerthus und flowers on the table Is it real or a fable? What I suppose Alte Schüssel? I had to rescue my old cereal bowl After dad used it for an ashtray Hey Disgusting Muscles antworten Muscles antworten Ah, ich hab's gleich So Was haben wir noch als Aufgaben? Was haben wir noch als Aufgaben? Let me check, let me check, let me check Kann ich hier durch? Nee, schade Achso, es ist dem Nachbarn sein Grundstück, ups Ja, upsie Okay Okay, hier gab es übrigens nix Ist hier irgendwas? Kann ich irgendwas von nutzen? Betreten? Oh no Und last Und last auf einmal Immer nach rechts In dem Labyrinth immer nach rechts gehen Achso Ah, hier können wir noch gar nicht rein Okay, wir müssen mal raus Wir müssen erst zu der Karte in unserem Zimmer gehen Und dann können wir hinzufahren, wo wir lang müssen Verstehe, verstehe, verstehe So Rein Hier mein Zimmer Ist die Karten zusammenfügen Äh 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 Das muss irgendwie so sein Junge, so schnell kann es doch nicht sein, oder? Hä? Äh 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 So Sieht doch gut aus, denn nicht? Oh, die Zahlen in die Kreise Äh Dann so Jetzt habe ich es Hm Ja Nach links Nach rechts Nach links, nach links Links, rechts Links, links Links Links, rechts Links, links Links, links Links, rechts Links, links Verlassen Links, rechts, links, links Es kriegt hin Links, rechts, links, links Ist richtig schön Da vorne jetzt rechts. Echt's? I doubt it, dass es eine so große Konstruktion hier ist. Glaub ich eher weniger. Unrealistisch. Unrealistischkeitsalarm. Unrealistischkeitsalarm. First Trial, yeah. Ich bin durch ein so kleines Ding durchgegangen, aber bin so um 70 Ecken gelaufen. Wahrscheinlich, oder? Schönen, der da war. die stehen ja leid du in in five friends you'll never see us again you you never see us again sad traurig oh oh i miss mom smile oh weiss nicht was ich hier machen soll verstehe ich nicht ich habe das bild gesehen das bild war im im schlafzimmer und das bild auch angeschaut irgendwas hat mit dem handy noch ich will die comics lesen ja maybe 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 okay dann schauen wir nochmal mal bücher weiß ich nicht ob du das lesen solltest tatsächlich ich will mal gucken ob das da von mr jefferson waren die bücher i wish i could this has to be mom she liked art von mark jefferson crazy krass ja also das kann ja interesting 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 mhm pizza ak ranglisten nein basketball hier irgendwo ist das bild äh kann ich mein adventskalender aufmachen essen jahs jeez good job chocolate hog ungünstig fühle aber i could take over the town with this army or the world mhm comics mom bought me so many cool comic books she told me never throw them away i won't i won't i won't for this hmm die porno sammlung this is the perfect day to watch frozen last time dad told me not to sing along so loud hmmm lieblingsbuch i've read this one so many times süß i miss how he feels like he's so far away even though he lives on the other side of town hmmm hmmm i guess wir spielen mit denen mal Was ist das Sex? Schließlich geht es mit unserem Team an. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? You're my enemy! Only because Mantroid's brain washed you. You can help the world with us. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? I'm sorry, Nocturus. We want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this! Also, it's time. Also, it's time. Oh, my back! How? How did you do this? I can't move! Captain Spirit! Captain Spirit! Please, come to my aid! I can't defeat Nocturus on my own! I can't! Captain Spirit! Äh... Vernichten. Hello, Powerbear! I'm here to finally destroy Nocturus. You never fail us, Captain Spirit! Mega-lul. You can't do that to me! I'm just a puppet! Then, let's cut your strings! No! Don't! I give up! I... Mantroid! Help me, Master! You can't kill me! You said you don't kill people! Ah! Tort. Mega-lul. Good job, but we still have to deal with Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle! Ja, chillig. Ähm... Muss dieses blöde Scheiß-Handy entsperren. Es muss irgendwie irgendwas in... Es muss eigentlich... Okay, komm. Ich bin mir relativ sicher, es muss irgendwas sein in diesem Raum von dem Dad. So, hier. Obviously. Und dann muss es entweder da oben sein oder wahrscheinlich sogar noch eher in diesem Schrank, wo wir den Schlüssel für finden mussten. Weil sonst hätten wir nicht den Schlüssel dafür finden müssen. Weil sonst waren wir keine wichtige Informationen. Das heißt, irgendeine Scheißzahl von mir. 6, 12, 15. 6, 12, 2015. 6, 12, 2015. Das merken wir uns erst mal. Jetzt gucken wir mal kurz da oben. Und da nicht irgendwas war an Daten oder irgendwas. 10, 12, 2015. Dad war so angry at the police. 10. April, 12... Na, das wird nicht die... Nein, das wird ja nicht wann er... Nee. Ja, nee. Auch da doch nicht irgendwie, oder? Ja, uffs. Ja, uffs. Uffs. Uffs, uffs, uffs. Knifflig, actually. Was ist heute eigentlich für einen Wochentag, Chat? Mh, Brief. Donnerstag. Thanks, Chat. Krass, morgen ist wieder Friday. Morgen ist wieder Friday. It's Friday. Postkarte. Vielleicht war es von der Postkarte hier. Vielleicht war es von der... Einkaufsliste. Yeah, shopping. Da war nix. Da war nix. Mann. War hier was? Hm. Dad ist zu busy to care if I go online. There is my hot dog, man. I can't see dad selling us. Whoa. Is he getting those tickets again? That would be a blast being a freight hopper. Choo-choo. Let's try it again. Was haben wir uns für eine Zahl gemerkt? 2,17. Nein. 0,6, 12, 2,15. Nein. Junge, ich hasse dieses Handy. Das ist die schwierigste Aufgabe der Welt. Wer bin ich, Detektiv? Hier habe ich mich noch nicht so krass umgeguckt. Hm. I don't think dad reads these. I think he just takes them from dad's closest at notebooks. I don't know. I don't know. Luca, danke für die sieben Monate. Wir müssen aber auch noch irgendwas machen mit diesen komischen Figuren. Ja. Konsole. Dad said he was going to fix that last month. Right. Diese Handynummern? Da ist ein Wikingerbuch. Waldkrieger. At least the forest warrior protect me from the snow goats. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Als ob man, wer nimmt denn als Mensch? Hallo. Warte. Ich mach auf. Ich mach auf. Ah, ich mach auf. Vielen Dank. 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 Michael. Michael? 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 Emily? Michael? 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 wort mich langsam sauer. Aber nicht random Zahlen reinschreiben. Ich würde gerne wissen, wo ich sie finde. Es ist wirklich viel zu random. Da war auch sein Geburtsdatum im Artikel. Laptop. Irgendwas am Laptop. Hier steht nichts außer Hotdogman. Hier steht auch nichts. Es wird niemals das Datum sein von dieser Heldencon. Wirklich, das ist einfach nur... fucking dumm. Hier steht keine Zahl. Oh, das sind Dads Pages. Und hier steht auch nichts. Du findest keine Zahlen. Was ist das? Okay. 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 Wenn es das ist, ist es nicht Hotdog mit Zahlen. Ich habe es mit K am Ende geschrieben. Das war wahrscheinlich falsch. Nicht doppelt. Das ist ja so schlecht. Das ist ja so schlecht. No joke. Wie soll man denn da drauf kommen? For real, wie soll man da drauf kommen? Das ist so random. Das ist so random. Erstens. Zweitens ist es auch noch falsch. Es ist Hotdog. Aber nicht mal mit mehrmals drücken, so wie es beim Handy funktioniert. Sondern einfach nur einmal random drücken. Alter. Nee. Nee. Wenn es so ein Special Level ist, dass man darüber freischaltet. Wisst ihr? Hey, kennt ihr das Secret? Aber nein. Das ist halt relevant für die Storyline. Was für T9? Boah, nee. Das macht mich ganz sauer. Nee. Das finde ich ganz, 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 ganz schlecht. Ich finde es ganz wack. Dass ich so lange nach so einem Code suche, dann ist es was so wackes. Nee. Ganz schlecht. Das würde ich schlecht bewerten, das Spiel. Hätte ich die Mustard einsammeln müssen, ja. Muss ich den Highscore jetzt actually knacken? Ja. Oh mein Gott. Vor allem, ich spiel das jetzt seit ein halb Stunden oder so. Und der doofe Junge hat immer noch keine Superheldenkräfte. Oh, no. Oh mein Gott, das wird mich noch sehr sauer machen, der Aal. Das wird mich noch sehr sauer machen. Jetzt muss ich dem Scheiß auch noch irgendwie 200 Punkte oder so holen. Oh, no. Ja, I know, I know. Habe ich bald diesen Drecks-Highscore? Ich habe gerade genau 187 Punkte gehabt. Jetzt habe ich den Scheiß-Highscore. Das ist ein schlechter Highscore. Das ist ein schlechter Highscore. Exit, jetzt habe ich den Highscore geknackt. Ich nicht, ich hasse Hotdog-Kackrotz. Scheiß. So, jetzt müssen wir noch diese... ...Superhelden finden. Aber wo? So, der... Wo? Chat sagt mir, wo. Ich möchte das jetzt... Ich möchte das jetzt wegbekommen. Ich glaube, ich habe noch keinen gefunden davon. Hashtag Garage. Ich war schon in der Garage. Schlafst du mal bei der Mom? Äh, gibt's glaube ich nicht. Dinosaurier? Zählt der? Ach, die, die da bunten, habe ich schon. Dann finden wir noch die zwei hier. So ein... High? Und so ein anderes Ding. Okay. Dann, I guess, schauen wir uns noch mal um. Soll ich den Autoschlüssel mal zurücklegen? Ja, komm. Wir legen den Autoschlüssel mal zurück. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, wo sind die? Wo sind die restlichen Spielzeuge? Hier nicht. Ich bin mir unsicher, ob ich gut genug geschaut habe im Baumhaus. Ich habe, glaube ich, gut genug geschaut im Bad. Ja. Habe ich gut genug geschaut hier. Der Hai. Ansehen. Gut. Jetzt habe ich alles. Oh, das ist der King of G2M. Dankeschön für den Haus. Willkommen, willkommen. Thank you. Dann kann ich jetzt den Dad aufwecken, I guess. Dad. Das ist eine ordentliche Flasche. Ich finde schön, dass wir versucht haben, ob der Code vom Handy vielleicht Chris ist. Aber dabei war es Hotdog. Knappe Sache. Upsis. Gefalski. Fuck. Fuck. Dad, are you okay? Do I look okay? No. I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck. That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought, I thought you said the pine tree. Pine tree? Daddy, I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle. And it's our family. Right? Right. Okay. Ich mach auf, I guess. Oma! Oma! Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. Ben ich? We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just, just... Just... Hmm... Just, you know, cleaning up the house and stuff. On a beautiful Saturday like this, you should be cleaning and stuff. You should be dead. I even saw you clearing the snow out of the alley, so I hope you don't work all day. Well, it's laundry day. Dad's watching the game, so... That explains all the beer cans. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? 4th, 4th of July, einfach hier, ähm, Silvester übersetzt. Ähm... Oh, yeah. Dad just tripped and fell. But he's okay. Sounds like he tripped over a whole bunch of beer cans, right? Okay, Chris. I think I've heard enough. I'm going to talk to Stephen about this, and we'll be back to chat with your father. Wait. You don't... Please. Listen. I'm not trying to hurt you, okay? We want to help. You're not in trouble. You haven't done anything. Just stay put, and we'll come by in a little bit. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her. What a shitty dad you have. No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus. Stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... You're just... Just like your mom. Every time I look at you, I tell you... You talk. Stop it. Just... I see her face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris. Look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes. Yes, you did. No, listen. Chris. Uh-huh. No, 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 no. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020